Fasse folgenden Termen so weit wie möglich zusammen. Klammer auf, minus 2x, Klammer zu hoch 2, mal 3, mal 2x hoch 2. Beim Termen zusammenfassen benötigen wir unsere Rechenregeln, und zwar in folgender Reihenfolge. Erstens, Klammern auflösen. Dann zweitens, die Potenzen berechnen, also die Hochzahlen. Drittens, die Punktrechnungen durchführen. Das wäre mal oder geteilt. Und viertens, die Strichrechnungen erledigen, also Plus oder Minus. Wir schauen uns unseren Term an und gehen diese Schritte nacheinander durch. Also Schritt 1, Klammern auflösen. Wir sehen in unserem Term, da ist tatsächlich eine Klammer vorhanden. Und je nachdem, wie der Term aufgebaut ist, muss auch diese Klammer anders ausgerechnet werden, also aufgelöst werden. Dafür hilft uns auch nochmal unsere Liste hier drüben, indem wir einfach gucken, also wieder da rein nachgucken, ist bei der Klammer eine Potenz dabei, oder ist bei der Klammer eine Punktrechnung dabei. Nein, beides nicht. Ist eine Plus oder Minus vor der Klammer. Also diese Klammer hier ist mit einer Hochzahl versehen, das heißt, wir müssen es mithilfe der Potenzrechnung auflösen. So, wenn es heißt, Klammer auf, Minus 2x, Klammer zu, hoch 2, bezieht sich dieses hoch 2 auf alle Elemente in der Klammer. Also auf die Minus 2 hoch 2, und das sind plus 4. Weil Minus 2 hoch 2 heißt im Prinzip nichts anderes als Minus 2 mal Minus 2, und Minus mal Minus ist plus, 2 mal 2 sind 4. So, jetzt geht noch dieses hoch 2 auf das x drauf, also x hoch 2. Und den Rest, den schreiben wir einfach ab. So, damit wäre der erste Punkt, Klammern auflösen, erledigt. Punkt 2, Potenzen berechnen. Wir haben nur eine Potenz, also im Prinzip zwei Potenzen, also Hochzahlen, aber beide sind über der Variable. Und wenn sie über der Variable ist, können wir nichts weiter berechnen oder auch nichts weiter vereinfachen. Das heißt, diesen Punkt können wir auch abhaken. Kommen wir zum dritten Punkt. Die Punktrechnungen durchführen. Wir haben hier zweimal, also zweimal das Multiplikationszeichen dringend. Das heißt, diese drei Terme lassen sich multiplizieren. Wir können wieder wie folgt vorgehen. Erstens, wir sortieren erstmal diesen Term wieder. Und zwar im Zahlfaktor nach vorne. Und dann alle Variablen. Das heißt also, wir fangen hier an mit 4 mal, dann kommt hier die 3. Und vom letzten Teil mal 2. So, dann brauchen wir noch die Variablen. Vom ersten Teil kriegen wir ein x-Quadrat. Der zweite Teil hat keine Variable. Können wir also gleich weitergehen. Und vom dritten Teil kriegen wir nochmal ein x-Quadrat. So, dann kommt der nächste Schritt. Zweitens also, die Zahlfaktoren ausmultiplizieren. So, 4 mal 3, das sind 12. Und mal 2 sind 24. Und den Rest lassen wir erstmal stehen. Weil der kommt jetzt noch im dritten Schritt dran. Drittens, Variablen zu Potenzen vereinfachen. So, diesmal lassen wir die 24 einfach stehen. Weil das ist ja keine Variable. So, jetzt heißt es hier x-Quadrat mal x-Quadrat. Jetzt müssen wir nur wissen, was heißt eine x-Quadrat? Ja, x-Quadrat ist nichts anderes als x mal x. Also, diese Hochzahl gibt an, wie oft diese Variable x, oder diese Buchstabe x, vorkommt. Also, hier haben wir also zweimal den Buchstaben x drin. x mal x. Das gilt für hier nochmals. Also, haben wir insgesamt den Buchstaben x, oder die Variable x, viermal vorhanden. Also, können wir das zusammenfassen zu x hoch 4. So, jetzt haben wir nur noch stehen 24 mal x hoch 4. Also, eine Zahl mal eine Variable. Da können wir gar nichts mehr vereinfachen. Die Punktrechnung ist also fertig. So, gucken wir nach, ob wir eine Strichrechnung haben. Also, Plus oder Minus kommt hier nur ins Fonds. Also, können wir auch diesen Punkt abhaken. Und, wir haben diesen Term soweit wie möglich zusammengefasst. Zusammengefasst.